alter verwelter was war das letzte folge für eine nummer chaos drachen hin oder her dieser kleine schüsse hat verloren und ich blöde hab verpeilt oder habtet verkackt und habe nicht einen einzigen schad bekommen toll warum über die spitzhacke auf volle lutsche gestellt habe und dadurch mein inventar vollgelaufen ist und ich dann diese komischen blöcke da gekriegt habe die ich scheinbar bestimmt eh nicht brauche und habe dafür keinen schad bekommen ja nur ist die frage cheat ich mir das jetzt weil die kappen ja besiegt war könnte man ja so machen oder auch nicht neuen chaos drachen könnte man jetzt noch nebenbei noch mal ihn machen zwischen den folgen aber noch mal innerhalb der folge ich glaube nicht dass sich jemand antun möchte von daher habe ich erstmal so das verlangen danach dass ich mal diese folge was anderes mache so diese komische scheiß time absorber ding hier kannst du knicken da müsste ich jetzt hier jeden vormittag aufstehen wahrscheinlich jeden vormittag hier jeden morgen immer die fackel ansetzen signal schicken damit das ding irgendwie sich dann auflädt das schon wieder runter auf zehn prozenter ist ja nicht für eine kacke und ich habe 317 level ups apropos habe ich meine render distance vielleicht noch ein bisschen hoch und ein bisschen naja ein bisschen zwölf ist eigentlich nicht hoch aber gut ist in der welt mittlerweile ein bisschen trick so ein bisschen elf tools wir gucken einfach mal bis da war ich riskiert weil ich glaube ich habe ja letztes mal meinen fehler habe ich ja entdeckt dass ich einfach so eine mummel geschmissen habe und deswegen ist mir alle da um nur geflogen wir hatten hier noch eine diamant erz links drinne dimlet und einmal extreme hills gut nehmen wir uns einfach mal ignorieren wir mal ganz kurz die warnung lassen wir den einfach mal aufladen ok das passiert das funktioniert transmitter reserver transmitter reserver keine ahnung ich weiß nicht was ist richtig ist ich brauche noch einen da einen kohle generator brauche ich noch ich nehme mal ruhig ein bisschen murmel mit allerdings brauche ich ja ach so die teil device brauche ich ja auch noch war immer noch nicht da war noch eine dialing device warum das der hat noch energie auch gut so maschinen vielseitig brauchen wir es nicht mit der booster mit ab und da habe ich so ein ding hier schon zu stehen ja habe ich zu stehen kann also auch wieder zurück die kabel zwei transmitter ich müsste glaube ich muss meine receiver machen hups der beinahe die hose jungen so ein bisschen mannig will rückwärts zu bieten dann ist es vielleicht ein bisschen entspannter hier so ein bisschen entspannter hier ja und den rückwärts zu bieten den rückwärts zu bieten ja bald schreibt wenn es hier verkehrt ab das sei aber nur gut okay nur der maschinenrahmen brauchen wir noch das ist aber das ist jetzt hier immer maschinenrahmen so den den wollte ich haben so zack ah na falsch den wollte ich ja hier haben so gut war auch erledigt glaube ich den dialing device kohle generator jude 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 müssen wir jetzt die zeit stoppen wo sind wir bei vier minuten ok probieren wir einfach mal das ding ist jetzt hier auf wo ist denn mein anrufapparat ah ja hier ist anrufapparat overworld sind wir hier ähm das ist favorit man was hat denn jetzt wieder falsch gemacht warte 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 nee nicht der da den da wollte ich haben ach könnte ich ja umbenennen wa so jetzt komme ich hier ein bisschen durcheinander so noch mal kurz rein hier äh benennen wir noch mal kurz hier diawelt um diawlett diawlett ist auch ganz schön da so zack verdammt diawlett jude name ist angenommen alles klar so jetzt noch mal rein das funktioniert der ist ignoriert dann haben wir jetzt den ach ach ja das ist der also ich muss auf alle fälle den transziver mit dem was nee der transziver der transziver steht doch da oder ach ich weiß es nicht mehr 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 der ist völlig bescheuert so der ist benannt wenn ich mich jetzt hier ruf stelle nur mal so am rande müsste ich jetzt wieder im gelben raus kommen genau das ist meine oberwelt so und das sind keine warum kann man die eigentlich nicht löschen das ist doch blöd was hab ich denn jetzt bin ich denn äh das Ding ist doch volle Lutsche da so nochmal kurz hier so abbrechen die haben alle keinen Namen aber was hab ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht ich hab nichts falsch gemacht um was vergessen zu bauen bin ich denn blöd den Infuser hab ich da ist egal mhm 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 oh wo hab ich denn das hier nicht müssen Mann, ist das ätzend. Was habe ich denn jetzt hier falsch gemacht? Das läuft doch drin. So, die Welt ist dran. Muss ich vielleicht den... Warte mal. Muss ich den Infuser vielleicht doch daneben setzen? Dimensionbilder. So, nehm mal Randa. Jetzt habe ich aber ja keine... Jetzt fehlt es mir wieder an Strom. Leute, Leute, Leute. Jetzt bin ich hier wieder völlig am... Jetzt habe ich aber was vorgehabt und dann klappt das wieder alles nicht. Ach. Das ist doch traurig ja sowas. Der ist ja der Menschenbilder. Man kriegt jetzt von hier, kriegt er Strom. Man kriegt einmal Strom. So, normalerweise könnte ich jetzt... Ich glaube, der braucht... Boah, den kann man ein bisschen mehr mit Strom versorgen. Mann, wie war denn das? Das ist ein bisschen sehr lange her, wo ich das letzte Mal... F-Tools verwendet habe. Aber eigentlich funktioniert das doch ganz einfach. War doch ja nicht so schwer. Hm. Da hat er Strom. Okay, das funktioniert alles. Daran liegt es schon mal nicht. Daran liegt es schon mal nicht. Ach, Menno. Halt. Gerade geht die Welt unter. Kurz hinlegen. Dann schauen wir mal weiter hier. So, komm mal her. Zack. Sehr schön. Jetzt haben wir hier Morning. Jetzt gehen wir... Öh. Himmel, je sehe es. Ist die Rüstung schnell. So, jetzt mal hier kurz ein Signal geben. Gut, weiter im Text. Wo ist jetzt gerade mein... Fehler? Der Ding ist drin. Der hat... Der verbraucht keinen Strom. Kriegt hier ohne Ende und ist full. So. Das Ding brauche ich eigentlich nicht. Die Welt haben wir gebaut. Warum kann ich nicht telefonieren? Apropos, wo schickt denn der mich jetzt hin? Ist doch ja keine Welt drin, oder? In welche Welt schickt der mich jetzt? Ich bin verwirrt. Ja, ich bin in der leeren Welt, weil die Welt gibt es nicht mehr. Mhm. Ist ja nett. Sterben kann ich auch nicht. Gut. Gehen wir halt eine Runde zurück. Na, Gott sei Dank habe ich mit diesen Sämtlichen Scheißleit parat gehabt. Ach. Ja. Was ist jetzt schon wieder falsch? Oder ist hier einfach nur irgendwas anders? Dit wird dit sein. Ich bin mir schon da nicht so blöd. Ist bestimmt dit Ding hier, wat mich hier ärgert hier. So, interrupt hier. Brech ab. Dein Menschenbilder. Dit Ding ist doch komplett gebastelt. Warum? Dit hat doch schon funktioniert. Aber wat hab ich denn jetzt anders gemacht? Mit dit beinahe klären? Da krieg's ja nicht mal rein. Musst der sich hier noch aufladen? Nee. Eigentlich ja nicht. Und bis ich heute noch völlig vergessen habe. Wozu dit Ding überhaupt hier war? Dein Menscheneditor. Hier kann man jetzt noch Sachen hinzufügen. Oder ist die Welt vielleicht einfach nur... So, Extrakt. Zack, zack. Nehmen wir alles wieder raus. Dann nehmen wir einfach mal nur die... Dia-Welt als solches. Wie war denn das? Wie war denn das? Kann ich jetzt hier noch etwas hinzufügen? Nee, das kann ich nicht. Nicht. Ist doch nicht wahr. Wat hab ich jetzt hier wieder falsch? Boah, alter. So, den wieder rein hier. Machen wir einmal ins Truck. Den hauen wir auch noch rein. So. Mal wieder schließen. So. Jetzt bau die Dimension. Die hast du immer noch gespeichert. Alle tut, alle schön. Redstone Mode ist... Ich weiß es nicht. Was ist jetzt dein Problem? So, jetzt holen wir jetzt mal alles wieder rein. Brauchen wir erstmal nicht. Spritzen haben wir auch noch. Das ist wirklich hier die Endermann-Spritze. Mob unbekannt. Wo ist denn Endermann-Grenze? Zack. Nee, das klappt auch nicht. Klappt auch nicht. Ist ja klar. Aber ja, wo ist denn die Idee? Nein, wieder falsch. Nee, doch war richtig. Da wollte ich eigentlich rein. Ach, Mann. Ich hab... Das hat doch alles funktioniert. Warum denn jetzt nicht mehr? Strom hat alles. Gibt keine Probleme. Glaub ich. Und trotzdem will es nicht. Muss ich also auch wieder abbrechen. So, da hauen wir jetzt mal kurz hier wieder in den Rucksack rein. Wurde halt ein bisschen voller, zwar abwechselnd, warum auch nicht. Gut. Muss ich mich doch denn jetzt tatsächlich irgendwie schlau machen und muss mein eigenes Video anschauen, um zu sehen, was ich da gemacht habe. Na, das läuft ja bei mir. Gut. Haben wir noch irgendwas Sinnvolles zu tun tun? Hat noch einer eine Idee hier? Was haben wir denn noch als Schöne zu machen hier? Müssen wir mal, sagen wir, auf den Laufenden bringen. Ist schon ein paar Tage her. Ja, Tinkers. Eine Nahkampfwaffe mit 20 Damage oder mehr. Na ja, gut. Materialien haben wir ja eigentlich ohne Ende. Die Frage nur... Oh, die Frage ist, ob wir das wirklich brauchen. Eine Nahkampfwaffe. Habe ich nicht noch eine Nahkampfwaffe hier? Was haben wir denn hier an der Milch? 16,74. Gut. Müsste man jetzt wahrscheinlich benutzen, damit das Ding auch funktioniert. Hm. Ist mir hier ein Langschwert. Wo ist denn eigentlich... Habe ich nicht noch so ein... So ein dickes Ding im Inventar... Äh... Im System drinne hier? Wo haben wir denn hier? Hat noch bestimmt hier noch irgendwie... Wo was hatte ich hier vielleicht? Ich weiß ich nicht. Das ist das, das ist das. Nö. Habe ich wohl noch ja keine Nahkampfwaffe. Also gut, ein Langschwert, ja, ist eine Nahkampfwaffe. Aber so richtig reicht das scheinbar nicht. Nahkampf wäre halt auch der... Das normale Schwert. Was ist denn mit dem Cleaver? Schwert zu handhaben. Das Ding ist unheimlich langsam. Nützlich für großen Schaden. Langsam erfordert zwei Hände. Gut. Langschwert haben wir schon gemacht. Was ist denn mit dem Stoßding? Speziale, schnelle Angriffe ausgelegt. Falle zu besiegen. Rechtsklick, Satz nach hinten. Eigentlich probieren, wa? Werkzeuggriff, Schwertklinge und Kreuzschützer. Schwertklinge... Haben wir schon. Wie heißt das? Warte mal, wie heißt das Ding? Ne, nicht der da. Der da, genau. Handschützer und Werkzeuggriffen. Handschützer, Handschützer. Haben wir den schon? Das ist der Weitschützer. Handschützer, haben wir alles schon. Gut. Dann müssen wir noch mal ganz kurz hier... ...det Ding abbauen. Okay, das haut sich wieder ins System rein. Dann können wir auch derweile... ...noch ein bisschen Ardreht und Kobalt hier wegholen. Oh. Haben wir ein bisschen was mehr, wa? So. Und Kobalt haben wir auch noch ein bisschen was. Alter, Verwetter. Blöcke haben wir ja echt ein System. Kann man nicht meckern. Kann ich eigentlich... Kann ich auch... Muss ich das sowieso hier reinschmeißen? Ach. So, das war jetzt doof. Dann machen wir noch den hier. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Was haben wir denn hier? Wir haben die Schwertklinge, brauchen wir. Wir haben den... ...Handschützer. Und wir haben den... ...Werkzeuggriff. Gut. Zumindest kommen wir jetzt hier einen Schritt weiter. Hoff ich. Weil der Griff ist doch eigentlich... Ist der Griff eigentlich egal? Na gut, wir haben ja noch Materialien da. Wir haben ja keinen Kopf dran. Modifier. Weil Modifier gibt es, glaube ich... Doch, Modifier gibt es. Na klar, bin ich denn doof? Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Müssen wir ein Tinkersburg hier sehen? Warum ist der Tinkersburg hier nicht drin? Wo ist dieser Tinkersburg schon wieder? Weg. Ne, da war es doch gerade. Da war es doch gerade. Hier. Nicht du. Du. So. Materialien. 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 Tool. Materials. Äh. Bla, bla, bla. Interessiert mich nicht. So. Wo haben wir denn den... Modifikator haben wir einen. Aus Holz. Okay. Modifikator 0,5. Wenn ich einen Holzgriff mache, habe ich einen Modifier mehr. Würdest du mich verscheißern? Modifikator 0,6. 0,8, 5. 0,9, 1, 1. Aus Knochen. Zuhaltbarkeit 1. Modifikator 1,2. Ein Schwamm. Feuerholz. Eisen. Alles für den Arsch. Schreinereisen. 1,2. Oh. 1,3. Blauschleim. Aha. Könnte man auch machen. Blauschleim habe ich so ja da. 1,4. Ardite. Oh. Haltbarkeit. Angriffsschaden 8,7. Ah. Okay. Wenn ihr dann halt mehr Angriffsschaden. Alles klar. Na dann schaust du doch auf den... auf den Modifier. Ja, den holen wir uns. Rüchte. Kloppen wir einfach wieder. So richtig aufregend sind die Modifier hier ehrlich gesagt nicht. Na gut. So. Machen wir eben mal den. Okay. Dann haben wir den. Und die Schwertklinge brauchen wir noch. Und zack. Das war jetzt doof. Die brauche ich ja. Denn ich möchte... Hallo. Genau. So. Haben wir den auch. Dann haben wir hier Werkzeug. 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 Hallo. Entspannt euch mal. Ey. Da erschreckt mich ja nicht so. Ich dachte immer, in der Insel ist um die Ohren geflogen. So. Das, das und das. Dann haben wir den hier. Wir haben von Hause aus jetzt 11,14 Angriffsschaden. Ist nicht so wenig, aber auch nicht so viel. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt... Das da. Oh. Das geht hoch. Oh. Okay. Reicht auch nicht. Na ja. Wir sind schon mal am System. Sind wir mal ganz kurz hier das Säckelein auf. Ja. Noch einen Mandrill brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Ah. Jetzt ist gerade Nacht. Normalerweise müsste ich jetzt hier unheimlich schnell mal... ...ins Bettchen gehen. Na. Ist egal. Dieser... ...Quarzblock. Hm. Zack. 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 Ah. Crafting geht eigentlich relativ zügig. Das ist in Rollung. So. Na ja. Dieser Time-Up-Sauber-Block, der ist mir gerade etwas... ...ist mir gerade ein bisschen egal. ...muss ich gestehen. So. Haben wir den da. Können wir den hier noch rüberschmeißen. Den hier rein. 16,74 schon wieder. Das heißt, wir sollten jetzt wahrscheinlich wirklich hier mit dem Ding irgendwie... ...unschneiden. ...unschneiden. Das funktioniert nicht. Was haben wir hier noch? Wir haben einen Manual-Ein-Breitschwert. 18,1. Da fällt mir ein. Dann liegt mit dem Ding da unterwegs. Gehe. Und dann halt noch einen... ...und dann noch einen Modifier auf Kriege. Dann habe ich doch... Dann soll ja alle Probleme gelöst, oder nicht? Ich gehe da rum, was verkehrt. Was ist jetzt hier los? Warum geht es hier nicht weiter? Und dann geht es hier nicht weiter. Wo ist denn das Wort zu Fleisch hin? Mal ohne Witz. Ich gehe ja nicht ins Loch, oder? Warte mal. Oh, jetzt bin ich aber... Oh la la. 16.000 ist im System. Wie kommt das denn? Da müssen wir doch mal ganz kurz Abhilfe schaffen hier. So haben wir nicht gewettet. So, haben wir den hier noch? 60.000. Ist der mit dir nicht richtig? Okay. So ein 34.000. Das müsste jetzt die Rückgang, wenn sie sich wieder füllen. Ja. Sehr schön. Der baut sich auf. Dann geht es auch weiter. Der macht diesen. Ja, und ich gucke mal, ob ich jetzt hier irgendwo noch vielleicht was zum Klatschen finde, um mir noch den Modifier raufzuhauen. 1.000 XP fehlen mir noch. Oh Gott. So. So. Wo bin ich noch mal jetzt hier? Ob wir jetzt hier eventuell mit dem Ding weiterkommen? Jetzt sind wir bei 20%. Na toll. So. Keine Ahnung. Hab ich jetzt noch irgendeine Schlachtefarm? Muss ich doch selber noch eine... Farm bauen? Eigentlich nicht, oder? Mann, Leute. Ich bin verwirrt. Irgendwie klappt das gerade überhaupt nichts mehr. Ich bin tatsächlich mit irgendwelchen Sachen beschäftigt, die ich irgendwie gar keine Lust habe. Aber ich brauche sie ja. So. Mach mal den noch hier so. Huch. Okay, das passt schon. Pferdchen, Pferdchen. Alles klar. 1082. Boah, das kann dauern. Das kann dauern. Ja gut. Dann würde ich sagen, wenn ich mich mal... F-Tools kommen wir an hier zwischen den Folgen. Denn das verwirrt mich gerade wirklich mehr als nur... Ja, ja. Das ist der. Ich weiß. Huch. Habe ich schon verstanden. Too far to highlight. Ah klar. Doppelklick heißt highlight. Funktioniert auch. Aber wo ist denn meine Diawelt? Warum klappt das jetzt nicht? Wo ist der verdammte kleine Fehler? Habe ich doch alles schon gemacht. Das ist doch alles nicht das Problem. Außer jetzt. Hier ist doch eine Mummisch. Schnell raus damit. Ja. Gut. Werde ich so machen. Werde mich jetzt zwischen den Folgen mal kurz mit beschäftigen. Und werde mal schauen, was jetzt mein Problem ist. Und vorher weg macht. Die Time mal wiederholen. Ach. Ach. Hat man hier im Kopf halt, wa? Gut. Das kann hier mit rein. Leg ich voll. Nö, das wird nicht. Reicht aber auch. Denn wir haben jetzt von allem mittlerweile so weit von mehr als genug. Soll mir recht sein. So, haben wir das da, haben wir das da, haben wir das da. Dann kann das da mit rein. Dann geben wir ihm noch ein bisschen hiervon mit. Den führen wir mittlerweile hier auf. Ich sage mal, winke, winke. Ja, aus der unproduktivsten Folge überhaupt seit langer Zeit mal wieder. Hahaha. Sehen wir uns morgen wieder, meine Freunde. Bis dahin. Und tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.